So, sorry für den Cut. Meine Aufnahmeplatte wäre fast beinahe vollgelaufen. Aber jetzt habe ich wieder genug Platz. Er schließt an. Nein. Okay, klar. Kann er nicht, kann er nicht, kann er nicht. Oh, ist gut. Selbst wenn er hat sich in einem gekauft. Was ist das Zauberlumpe oder was? Ne, der kauft sich Megapilz. Jetzt gibt's, ob jetzt hier wieder alles passt. Der kauft Megapilz. Was, was? Aber was ist das? Ein Megapilz. Achso, ja, Maxi, nur dreimal. Okay, ciao. Nächster Halt. Friedhof. Nimmt der mich jetzt mit? Ja. Ich muss echt zugeben, diese Map... Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Was macht der denn? Weiß ich nicht. Der Stern ist doch unten rechts. Oh, und da ist auch schon der Friedhof. Weil ich finde die Analyse von diesen... Sägen. Wie heißt das? Das ist die Mehrzahl von Sarg. Ein Sarg. Zwei. Säge. Verladen. Ja, Glückwunsch. Bitte. Du wirst diese Party gewonnen. Gewinnen. Nein. Doch, wirst du. Nein. Doch. Oh, ja, stimmt. Die Gerdin Münstein... Münz-Stern-Safe. Ich kann nicht mehr reden. Damit hat er safe zwei Sterne. Stand jetzt. Oben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab nichts. Sogar Yoshi hat einen Stern, Alter. Das ist schon echt was zu essen. Mega. Mach keine Ahnung. Mega. Ja, natürlich, um dir jetzt einen reinzudrücken, ist doch klar, damit du dir bloß nicht die nächsten Sterne leisten kannst. Kann ich mir nicht. Was ihm aber nichts nützt, weil du dann immer noch 26 Münzen hast. Und dann würfelt der auch noch... Ja, okay, geht. Ich dachte schon. Wo ist der denn die Sterne? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ha! Opfer, geschieht dir recht. Zu mir? Das ist ja kein Tausch. Ja. Ja, komm nun mal schön zu mir. Wenn ich gleich einen Megapilz oder so krieg, dann... Oder irgendwas, dann... Ja, haha. Und dann hab ich dir den schönen Arsch. So, jetzt lass mal gucken. Wo ist denn jetzt hier der Stern? Da. Wo ist der Stern? Das ist eigentlich... Das ist... Kann man ja... Ich bin nicht so gezwungen, nach rechts zu gehen. Ja, nur ein Minipilz. Das heißt, du musst einmal rum und brauchst dann einen Minipilz. Ich hab einen Minipilz, ja klar. Ich kann nur würfeln. Und würfle Scheiße. Ist Geld? Geld, ja, Geld. Weißt du, Geld. Geld. Oh, geil. Hallo. Hallo. Ja, schön und gut, aber nicht im Hintergrund. Oh, nicht Kerkartoffel. Bitte nicht Kerkartoffel. Das ist gut. Das ist das mit dem Blubberding, dieses... Die Stammattacken-Spam-Kerkartoff. Warum auch immer das so haltet. Los, Donkey Kong. In dem Team? Nein. Ich bin mit Yoshi. Oh Gott. Spam einfach. Ich spamm einfach. Ich muss mich anpassen. Ich spamm einfach. Oh, Yoshi, mach keine Scheiße. Ich spamm, das ist nicht gut. Passt. Sag hier, Spam ist nicht gut. Der macht früher als der Uwe und Moe noch immer. Weil er fett ist. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Geh weg. Was, mich in Ruhe. Jetzt könnte ich auch gemeinsam, aber das sag ich nicht. Noch fünf Runden. Warst du vorher noch fünf Runden? Noch fünf Runden. Wir präsentieren nun die RTL-Show. Aber Moment. Du musst der Letzter. Das ist mit der Super-Mario-Party. Lotterie-Ziehung. Das ist für Switch. Das ist falsch, Bofu. Ach so, Super-Mario-Lotterie-Ziehung. Ja, das ist wieder, muss ich sagen. Fast hätte ich es vergessen. Okay, los geht's. Und hier, die Ziehung. Zuerst das linke Bild. Niemand. Verkackt. Ah, kein Gewinner. Schade. Dennoch, vergesst nicht, mein Brett ist das Beste. Bitte was? Bist du, da hatte ich aber einen anderen Eindruck. Mein Brett baust das Beste. Und somit endet unsere Super-Mario-Party-Lotterie-Ziehung. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Spielstand. Luigi, Platz 1. Kann man ihm nicht verübeln? Donkey Kong schummelt sich bis an Platz 2. Yoshi hat sogar auch noch einen Stern gekriegt. Und Mario ist das größte Opfer auf dem ganzen Brett. Rechnet damit, dass es nicht so bleiben wird. Oh, das wäre schön. Denn ich, ähm, ja. Ich bin von Nintendo, ich bin von Hudson Soft. Und ich drehe jetzt alles um. Ich meine, alles ist möglich natürlich. Schicksal. Und jetzt ist es Zeit für das letzte 5-Runden-Roulette. Mein Lieblingsspiel. Denn das ist nämlich alles zufallsbasiert. Yay. Wir lieben Glück. Wir von Nintendo und von Hudson Soft. Meine liebliche, was? Meine liebliche Assistenz. Komm mal. Mein Brett, komm mal. Mario. Okay. So, ich darf entscheiden. Am besten alles Mirakel. Am besten alles Mirakel. Damit ich noch eine Chance hier habe. Nein. Mirakel. Alle roten Felder werden zu Mirakelfelder. Das bedeutet, alle roten Felder werden nun zu Mirakelfelder. Das habe ich gerade vorgelesen. Und somit endet unsere letzte 5-Runden-Event. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bei RTL. Nicht mehr. LTR ist viel besser. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das mit Mirakel jetzt kaputt gemacht habe. Ich glaube, das wird jetzt noch ganz interessant. Vielleicht kann ich echt noch mal alles für mich schieben. Wäre schon geil. So ein geschummelter Sieg auf einer gemeinen Map. Wäre doch passend. Ich, ich, ich calle es jetzt. Ich gewinne noch. Dank Mirakel. Oder, oder irgendwas. Wer weiß. Wäre schon geil. Was ist eigentlich, wenn ein Korn auf den Scharke kommt? Das würde ich schon feiern. Wäre schon geil. Nein, ne? Das ist bisher so gut passiert. Ich habe 20 Münzen. Ich muss jetzt auf Mirakel kommen. Dann lässt sich ein Mini-Pilz ein. Nee, bringt mir nichts. Da ist kein Mirakel. Ja, doch, Bowser fällt. Komm. Nö, das ist ein Mirakel. Na und? Bowser fällt. Aber Bowser kann sagen, es geht um alle Sterne. Oder kann der sagen, es geht um alle Sterne? Nein. Nee, er kann sagen, es geht um einen Stern. Was euch alle betreffen würde, außer mich? Ich muss erst mal gucken. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Macht keinen Sinn. Also, Mini-Pilz, 9. Mirakel ist da oben. Ich würfle einfach mal und entscheide. Und lasse das Schicksal entscheiden. Jetzt kriege ich natürlich nur 10. Wo lande ich denn dann? 3, 2, 1. Lande ich auf Mirakel. Nein. Der trifft zu dem Itemladen. Na, habe ich denn noch abgenommen. Der ist. Der hast du, 16. Das ist der Itemladen. Das könnte ich mir dann schön ausführen. Eine Zauberlampe. Das fühl ich gut. Das nächste Runde kurz gehen raus. Ich glaube, das wird noch ganz lustig, Lena. Was glaubst du? Ich habe zwei Sterne, mir egal. Abgestimpelt. Alles war dein Lieblingsspiel, Lena. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wo ist es? Nee, ich beruhig mich gar nicht. Jetzt wird's lustig. Von wegen. Kennen wir alles. Was müssen die Haare zurecht machen? Oh, vor allem, wenn man sie... In die falsche Richtung. Hallo? Schiebung? Warum bin ich rot? Rot ist scheiße. Ich muss rosa spielen. Rosa. Warte, wer, wer, wer muss denn verlieren? Hier, die beiden müssen verlieren. Mit dir habe ich ja noch irgendwie Glück, du bist ja noch ein menschlicher Spieler. Mönchlicher Spieler. Ey, ob ich zu sabotieren. Wrestling Adino. Sorry an alle Yoshi-Fans. Ich mag Yoshi eigentlich auch. Die sabotieren mich. Schön. Ich auch. Oh, du hast viel. Nein. Oh, 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 oh. Yoshi und Mario. Nee, wir beide. Achso, ich dachte, ich wäre oben links. Ich dachte, ich wäre diese 0,8%er. So. Du musst weiter. Ja, habe ich. Während du deine Haare wieder kämpfst. Ja, weil ich sie mir in die falsche Richtung gelegt habe. Oh nein. Kann ja mal wie nicht passieren. So, letzten 5-4-Runden. Oh Gott, das ist ein... Scheiße, Yoshi, Alter, der gehört kastriert, gehört der. Los, komm. Ja, 50 Munzen am besten. Ja, 50. Das wäre echt gut. Scheiße, das ist zu wenig. Geht um 80 Munzen. Wer die kriegt, hat den Minispiel. Steh und safe. Was hat er genommen? Das rechte? Das linke. Was war das linke? Fade der Angst. Okay, das ist noch okay. Du kennst es? Ja. Gut. Ich verliere da immer. Das ist gut. Stimmt, ich habe beim letzten Mal gewonnen. So. So oben rechts. Konzentration. Ich habe beim letzten Mal den linken Pfad genommen, der war scheiße. Das heißt, ich gehe ihn jetzt wieder. Wenn ich das schon, wenn ich das schon sehe, ne? Die Steuerung ist aber auch Müll. Was? So oben rechts? Ich muss jetzt noch nicht über... Tatsache, gewonnen. Wer von uns? Ich weiß es nicht. Was? Du auch? Ja, aber zeitgleich. Echt, auf die Sekunde glaube ich. Ich will gar kein einziges darunter gefallen. Ich schon. Ich schon. Scheiße. Wer von uns ist. Das heißt, du willst. Nein, aber ich bin Zweiter, das heißt ich krieg ein bisschen Geld. Was? Ich bin gar kein einziges Mal runtergefallen. Ich schon, einmal und das war schon zu viel. 56. Andererseits, 56, 24 ist auch noch geil. Das ist auch noch gut. Warte mal. Scheiß, das war so unnötig. Joschi ist so ein Ausfall. Wenn ich jetzt? Wie viel Wissen hab ich denn jetzt? 48. Alter, wenn das jetzt passiert, was ich denke. Was passiert denn? Der Laden ist geschlossen, ich wollte auch ne Laptop kaufen. Wie, der Laden hat geschlossen. Ist er zur Runde oder was? Warum hat der Laden geschlossen? Darf man nicht geschlossen haben? Hat der grad gesagt, der hat geschlossen? Ja, passiert öfters. Ne, ich bin nie aufgefallen. Ich bin nie aufgefallen. Ja, ich bin auch geistig abwesend, versteht ihr? Ne, komm, der war schlecht. Wo ist denn der Stern? Ich weiß es gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht, weil ich hab eine Zauberlampe. Ich weiß es nicht, Lena. Man kann ja auch nicht auf die Karte gucken. Genau, links. Also ich würd nicht einfach irgendwo hingehen. Mach ich aber auch. Wollen wir jetzt mal ernsthaft, wo ist denn der Stern? War der nicht sogar da in der Ecke? Ja. Wo du jetzt bist? Guck auf die Karte. Fuck off. Ja, das bringt dir jetzt ganz viel. Ja. Das bringt dir jetzt eine Menge. Ich hab 67 Münze. Das nimmst dir den Scheiß. Das sag ich dir so, wie es ist. Du willst doch, wenn du noch ein letzter. Ne, das glaub ich nicht. Yoshi ist... Yoshi ist schon echt schlecht. Kann mir was klauen? Oh, Clown. Na und? Hat der zweimal eine Eins gekriegt? Hat der zweimal eine Eins gekriegt? Der hat sich gelacht. Das ist die, Gey. So, ihr Opfer. Das Blatt hat sich gewendet. Wo ist der Stern? Ja. Wo komm ich denn da hin? Sag mal. Von unten. Mit dem Minipix. Okay. Aber weißt du was? Der Umweg ist es mir nicht wert. Ja. Ein Stern. Mein erster Stern. Nach... 17 Runden? Ja. Ich krieg noch einen Stern. Das ist traurig. Nee, das ist einfach nur traurig. Das ist einfach nur traurig, Nintendo. Warte, wenn ich jetzt gewinne und zufälligerweise eine Lampe da ist, dann könnte ich noch einen Rissen spenden. Das könnte passieren, ja. Das steht nicht. Außer Betracht. Das ist ja witzig. Oder der Stern genau vor mir ist. Ja. Hallo, wovon träumst du? Von... Hallo, Mario. Von Obito. Du hast dir deine ersten Sterne schon mit. Bist du glücklich drüber? Ja, bin ich. Weil es mir egal ist. Ja, auf einmal. Ja, weil es mir egal ist, ob ich den Stern habe. Es ist eine betrügerische Map. Also, da hat man auch gut immer ein bisschen... Aber du hast noch weißen, man verliert. Tja. Komm, vor mir. Unten. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich gut. Das ist gut. Für mich ist das gut. Oma, ist der Friedhof. Ich darf ja noch ziehen. Wo, wo werde ich denn jetzt? Noch oben. Einmal eine Runde. Okay, warte. Ich muss... Einmal ganz nach unten. Ich muss... Scheiße, wenn hier nicht... Dann nutze ich einen Minipuls. Okay. Ja, erstmal nochmal zu. Cool. Ich dachte gerade, kam Spiele oder Warp, Alter. Jetzt geht's los. Warte, es sind aber nicht mehr viele Runden, ne? Ja. Scheiße. Wer? Oh, Mensch, ey. Dieses Game ist so zum Kotzen, ne? Rätselig ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nur kurz als gedacht. Ah, geil. Das ist überhaupt nicht geil. Doch, ich bin mit DK. Ich bin mit DK. Ich bin mit DK, mein Traubprinz. Ja, aber hast du gesehen, wie er vorhin abgegangen ist? Weg war er. Und er ist vorne. Ich eskaliere jetzt völlig mit ihm. Donkey Kong, es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum geht ihr jetzt nicht wieder so ab? Und ihr seid einfach nicht dumm. Ja, los, DK. Los, 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 los. Oh nein, das war ein Fehler meinerseits. Oh, das ist nicht gut. Ja, da hat sich jetzt erstmal... Der hat uns gegrillt, aber hallo. Donkey Kong! Okay, geschafft. Knapp vom Rekord. Knapp über, meine ich natürlich. Und er ist da. Hast du was gesagt? Nein. Gut. Du musst dich noch aufregen, das heißt... Was? Ich müsste ganz still sein. Nein, nein, nein. Du musst dich noch aufregen. Ich werde mich aufregen, aber dann werde ich mich aufregen. Du musst dich noch aufregen. In der Zauberlampe jetzt. Oh, oh. Ach, deswegen durftest du vorhin nicht in den Itemladen, weil du voller Items hattest. Oh, mirakel. Mirakel. Umkehr des Schicksals. Solange du mich nicht auswählst, was Gott sei Dank irgendwo zufallsbasiert ist, aber auch ein bisschen was mit Skill zu tun hat, bin ich dabei raus. Nein, bist du nicht. Ich sage, du schenkst mir einen Stern von Donkey Kong oder von dir oder von... Sogar von Yoshi. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. So, um was geht es, hä? Ja, München, komm. Wenn du mir den einen Stern klaust, den ich habe, bringe ich dich um. Pass auf, was du machst. Yoshi, okay. Ja, das ist noch in Ordnung. Ey, wehe, ich muss ihm alle Sterne geben. Aber das wird passieren. Ich habe das Gefühl, das wird passieren. Vom Münzen wäre noch in Ordnung. Komm, bitte. Ja. Schade. Hat er nicht sogar mehr wie ich? Mach ich nicht sogar jetzt gewinnen? Oh, wie viel Schweren hast du eigentlich? Ich weiß es... Nee, okay. Oh, oh. Ja, aber das ist jetzt nicht so ein gravierender Unterschied. Das heißt, das Schicksal hat Mitleid mit mir. Schmackhaft. Du brauchst weniger Münzen. Ich hätte mir auch alle Sterne wegnehmen können. Hat er es aber nicht. Und Yoshi, der... Das ist der... Das ist der Wumpe. Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt nicht so ein bisschen. Ich muss mir mal wofür. Um wie viele Münzen geht es? Hi, was? Um wie viele Münzen geht es? Ja, das weiß ich nicht. Das wird sich jetzt zeigen. 50 wäre geil. Yeah! Jetzt muss ich nur noch gewinnen. 163 Münzen. Wer die kriegt, kriegt den Minispielstern. Du Arsch. Das ist mir so egal! Das wäre witzig, wenn du verlieren würdest. Was? 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 Das wäre witzig, wenn du verlieren würdest. Aber wenn ich verlier... Okay, Lena. Große Mühe. Ver... Ver... Verlieren. Ich weiß nicht. Und verlieren, Alter. Guck dir Yoshi an. Die... Flachzange. Hallo? Krieg den nicht! Krieg ich den nicht! Kannst du bitte aufhören, meine Taktik nachzumachen? Meine Taktik? Meine Taktik halt! Ey! Verpiss dich! Ey, das ist Sabotage! Warum Sabotage? Was Sabotage ist? Warum Sabotage? Ich habe an diesem Plan lange gefeilt. Weil ich wovon du redest. Ich weiß wovon du redest. Hau ab! Mach die Fliege! Summ, Summ! Warum? Ja, weil es Schmetterlinge sind. Verstehst du nicht? Was? Summ, Summ? Jetzt kackt die nicht! Ich auch nicht! Nein! Oh Gott, ich habe das Gefühl, diesmal habe ich verkackt. Ich hatte echt nicht viele blaue. Oh nein! Und Donkey Kong ist aufh... Nein, ich will es nicht wissen! Nein! Du Mama! Es geht um 50 Massen! Noch für dich. Noch für dich. Scheiße! Sechs! Sechs Dinger! Okay, Donkey. Donkey Kong! Donkey Kong! Ah, knapp. Ich habe mein Herz. Der kriegt auch ein paar. Ist mir scheißegal. Ein paar? Und ich? Scheiße. 114! Chattern! Jasper! Untertitelung des ZDF, 2020